Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Normalerweise wollte ich, und ihr seht jetzt so ein bisschen an der Seite, ich habe nämlich meine Fliesenrelais, Flissés, Plissés, die ich da hatte, aus Versehen diesen Winter runtergerissen, als ich sauber gemacht habe. Und ich habe mir noch keine neuen gekauft und jetzt kommt der Frühling und die Sonne steht mir im Gesicht. Also, eigentlich wäre ich jetzt draußen gerne und würde die Sonne genießen und würde mir nagelneue Vorhänge holen. Aber, die Streak muss weitergehen, fleißig dabei sein, deswegen herzlich Willkommen, X-Defined Video. Ich weiß, viele von euch, alle von euch, gefühlt warten drauf und es gibt Neuigkeiten zu dem Ganzen und die wollte ich euch heute gerne vorstellen. Ich will ehrlich sein, irgendwie war das Intro scheiße, Leute. Ich hoffe, ihr werdet es mir verzeihen. Ich bin gefühlt vor einer halben Stunde wach geworden. Wir haben gestern bis halb sieben oder so Tag aufgezockt. Es war gottlos. Also, ich werde mit Sicherheit in den nächsten zwei, drei Stunden irgendwann richtig wach sein. Und ich sehe gerade so in der Kamera, so wie hell das alles ist. Ja, die Sonne ist da. Das heißt, wenn ihr das Video gesehen habt, geht raus, geht ein Eis essen, ladet eure Freundin ein, euren Freund, eure Oma, eure Mutter. Geht einen Kaffee trinken, genießt das Wetter draußen. Wer weiß, wie lange es so bleibt. X-Defiant, wann kommt es endlich? Kommt es überhaupt noch? Wird es gecancelt? Das sind so die Fragen, die so ziemlich jeder hat, der irgendwie die Stauze voll von COD hat. Ich schließe mich ein, ich schließe euch ein. Viele von euch gucken zwar immer noch die Videos von mir, was ich cool finde, über COD, aber aktiv spielen tut es, seien wir ehrlich, kaum noch einer. Und ganz ehrlich, wenn man sich anguckt, was da an Content kommt und das Matchmaking und die Bugs und die Diskussion um das Game und die Cheater-Problematik. Und ich beneide niemanden, der das hauptberuflich mit Twitch- und YouTube-Videos machen muss und ein anderes Game sich nicht traut anzufassen. Weil ehrlich, wenn ich COD spiele mittlerweile, geht es an meine nervliche Beschaffenheit. Es geht wirklich an meinen Kopf und ich habe Probleme, glücklich zu sein dabei. X-Defiant soll so ein bisschen die Rettung für uns alle sein. Kein Skill-Based Matchmaking, Input-Based Matchmaking, das heißt, habe ich einen Controller, spiele ich gegen Controller, habe ich Maus und Tastatur, spiele ich gegen Maus und Tastatur, normales Matchmaking, wo ist der beste Ping? Da werde ich connected, vielleicht sind das gute Spieler, schlechte Spieler, scheißegal, Zufall. Das, was COD viele, viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich ausgemacht hat. Und wir warten seit mittlerweile über einem Jahr darauf, dass wir von Mark Rubin irgendeine Info bekommen. Für die, die nicht wissen, wer Mark Rubin ist, ich zeige euch das hier mal auf Twitter. Twitter ist übrigens, seit Mask es übernommen hat, noch schlimmer als vorher geworden. Und zwar ist das dieser junge Mann hier. Mark Rubin ist der Hauptverantwortliche bei Ubisoft für X-Defiant und war früher bei Infinity Ward, hat also durchaus ein Background, was FPS Games angeht. Und wenn man mal guckt, das allerletzte, was man von ihm bekommen hat, war vom 27. Januar. Damals, ich habe es direkt gesehen, aber es hat sich nicht gelohnt, euch das zu präsentieren, weil da nicht viel war. Er sagt, hey, grüßt euch alle, schnelles Update. Wir machen ein paar private Tests zum Bestätigen von der Arbeit, die wir in den letzten Wochen und Monaten getan haben. Soweit, Dinge laufen ganz gut und wir sind mehr als motiviert, live zu gehen. Das Team arbeitet aktuell immer noch hart daran, dass wir das eben umsetzen können. Wir wollen an der Stelle euch allen danken. Das heißt, eigentlich hat er mit dem Status-Update nichts gesagt. Aber nehmen wir mal so hin. Ansonsten haben wir das letzte große gehabt, Dezember 23, dass wir hier, als sie festgestellt haben, dass die Probleme, über die wir berichtet haben, wo einige Zuschauer gesagt haben, nein, es gab so ein Input-Lag nicht, da hat er festgestellt dann mit dem Team, ja, doch, das, was tausende Spieler in dem Playtest, die wir ja hatten, wir konnten es ja schon mal spielen, in der abgespeckten Version, wo vieles nicht funktionierte. Die haben recht, da haben sie es gefunden und meinten, das sollte in kürzester Zeit erledigt sein. 6. Dezember 23 und jetzt haben wir den 16. März. Das heißt, wir sind über vier Monate von dem Punkt entfernt, wo wir eigentlich da bald einen neuen Playtest kriegen wollten. Diesen Playtest haben wir bis heute noch nicht. Und dazu kommt jetzt das hier und da muss man vorsichtig sein. Das ist In-Game. Ich bin mir nicht sicher, wie seriös das Portal ist, aber die Quelle ist zumindest relativ seriös. Und zwar ist es so, dass ein Leaker geleakt hat auf Twitter, dass das offizielle Release-Datum von X-Defined der 31. März 2024 sein soll. Das wäre in zwei Wochen. Das halte ich für, obwohl die Quelle eigentlich seriös war, kompletten Unfug. Und das hat verschiedene Gründe. A. Wir sollten für die ganzen Sachen, die Probleme waren, nochmal einen neuen Playtest bekommen. Dieser Playtest müsste ja deutlich vorher geschehen. Wir haben keine Beta, keine Alpha, kein gar nichts. Es gibt keinen Playtest, es ist nichts angemeldet worden, überhaupt nichts. Ich habe also maximale Zweifel, dass dieses Datum wirklich stimmen sollte. Das zweite ist, das Ganze ist Ostersonntag. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass an einem christlichen Feiertag weltweit ein Game-Entwickler auf die Idee kommt, ein so antizipiertes Game tatsächlich zu releasen. Wird absolut für mich auszuschließen sein. Und dann heißt es, der Shooter von Ubisoft soll am 31. März erscheinen. Am 30. März soll eine Art Preload für Ubisoft Plus erscheinen. Das ist ja im Prinzip ein Abo für Ubisoft. Alle, die das nicht haben, können dann am 4. April dazustoßen. Ich halte diese Leaks von Clears, so heißt er auf Twitter, für absolut unglaubwürdig. Ich gehe sogar weiter. Ich persönlich glaube, dass X-Defined, wenn man jetzt prozentual angeben müsste, zwischen 10 ist absolut wahrscheinlich, dass es demnächst released und 0 ist. Es wird eingestampft, das Projekt. Und die Daten und das, was man an Arbeit reingesteckt hat, wird in irgendwas anderes reingesteckt. Ich glaube, dass wir mittlerweile viel mehr dazu tendieren, dass wir Richtung 0 gehen, als Richtung 10. X-Defined und die Entwickler um das Game herum haben jegliche zeitliche Chance verbraucht mittlerweile, wo man dieses Game halbwegs vernünftig mit irgendeiner Art von Hype releasen kann. Wir haben jetzt dieses Jahr das große, heftig erwartete COD24. Was bedeutet, Treyarch COD, Black Ops-Reihe, die einfach beliebteste COD-Reihe derzeit, hat Modern Warfare komplett abgelöst, weil die letzten Modern Warfare-Teile halt alle Dogshit sind. Treyarch ist das beliebteste COD-Studio. Sie haben das allererste Mal seit neun Jahren mehr als drei Jahre Zeit gehabt, um an einem COD zu arbeiten. Unabhängig von Skill-Based Matchmaking, was da sein wird, ist das ein Game, wo die Gamer-Community sehnsüchtig drauf wartet. Dazu kommen Releases wie Greyzone Warfare. Dazu kommt ein extremer Hype um Escape from Tarkov aktuell, um andere FPS-Games, die auf dem Markt erscheinen oder kommen werden oder schon da sind. Es ist jetzt, X-Defiant zu releasen, ist der schlechteste, möglichste Zeitpunkt, den man als Game-Entwickler sich aussuchen kann. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie allen Ernstes kurz davorstehen, das Ganze jetzt rauszubringen. Und dazu kommt, und das untermauert meine These, dass wir nicht mal annähernd kurz davorstehen, dass es released wird. Mark Rubin hat damals, als es kurz vor Release angeblich war, das war ja genau dieser Zeitpunkt, wo die MW3-Beta starten sollte, gesagt, es wird keinen Shadow Drop von X-Defiant geben. Shadow Drops ist sowas wie, ihr kommt nach Hause, macht einen PC an, kriegt eine Nachricht auf dem Handy, keine Ahnung, MW3 ist released heute, obwohl keiner es wusste. Das soll es nicht geben. Es soll für alle genug Vorlaufzeit geben, Planungszeit, Downloadzeit und sonst was. Genug Vorlaufzeit bedeutet nicht, dass in 14 Tagen dieses Game auf unseren Platten ist und wir zocken können. Und ich glaube wirklich, und ich würde mittlerweile zwar noch kein Geld drauf wetten, aber die Wahrscheinlichkeit ist für mich höher, dass es tatsächlich gar nicht mehr released wird, als dass wir es in den nächsten Tagen oder Wochen vor unserer Nase haben. Dazu kommt ein Problem, was ich persönlich größer sehe als manche andere. Alles, was X-Defiant an Hype aufgebaut hat, war das Verkaufsargument, was sie einem bieten, was die Spieler haben wollten. Und all diese Sachen hat Activision mit MW3 geschafft, minus das Matchmaking, was Dogshit ist. Warum sollte man X-Defiant spielen, wenn MW3 rein theoretisch all diese Sachen bereits anbietet, besseres Movement, bessere Karten, Wohlfühlfaktor, wenn X-Defiant gar nichts anderes eigentlich macht, bis auf eben das Matchmaking, was natürlich ein großer Punkt ist. Das möchte ich überhaupt nicht absprechen. Ich will ehrlich sein, ich würde mir wünschen, dass X-Defiant so released, dass man wirklich als Gamer und als Streamer und Content Creator einfach Spaß hat und dass es wirklich einfach reinknallt, dass man da wieder so 8, 9 Stunden mit den Jungs verballern kann, einfach voll reinknallen kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, wie so viele Titel von Ubisoft, eine absolute Totgeburt wird. Und ich habe auch, ich habe so viel Staub auf meinem Kopf, unfassbar. Und ich habe auch maximale Zweifel daran, dass, wenn es tatsächlich noch releasen sollte, dass das in den nächsten Tagen oder Wochen geschieht. Ich glaube, könnt ihr mich darauf festnageln, das ist nur eine Vermutung, ich habe keine These dafür. Oder es ist eine These, aber kein Argument. Ich glaube, dass wir eher Black Ops, wie auch immer es dieses Jahr heiß spielen werden, als X-Defiant in der fertigen Version. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr euren eigenen Controller noch herstellen wollt, ihr habt immer noch die Option, das ganze letztes Video angucken. Da kriegt ihr die ganzen Infos darüber. Ihr könnt euren eigenen Controller herstellen, ihr könnt euer Design einschicken. Die besten drei Designs werden von euch in eineinhalb Wochen gewählt. Und derjenige, der das beste Design verschickt hat, gewinnt seinen Controller umsonst. Ihr braucht ja nicht anmelden, nichts tun. Einfach geil. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ihr Bock habt, ein bisschen bei Tarkov reinzuschauen. Heute Abend bin ich selbstverständlich wieder live, so wie fast jeden Tag. Und dann sagt mal Hallo. Haut rein.